Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Dev-Kit-Forschung. Und zwar seht ihr hier einmal den Gallymimes zusammen mit dem Dreisitzer-Sattel plus die SWAT-Rüstung. Sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich finde den Gallymimes eigentlich ganz gut gelungen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf ihn. Und was die SWAT-Rüstung angeht, sie erinnert mich so ein bisschen an die Flak-Rüstung. Aber mal gucken, wie sie im Spiel aussieht. Und ja, das war's. Bis dann.